Die Feuerwehrleute von Berlin, das ist eine Truppe, die einen der härtesten Jobs macht, den es hier in Deutschland so gibt. Sie erinnern sich gerade erst im so komplizierten Einsatz bei diesem Großbrand, dem Munitionslager im Berliner Grunewald. Da waren die Feuerwehrleute bei dieser irren Hitze wirklich bis zur absoluten Erschöpfung im Einsatz. Jetzt der Hammer. Die Politik hier in Berlin, sie kürzt genau diesen Feuerwehrhelden mit diesem Schrieb hier das Trinkwasser. Unglaubliche Story. Normalerweise kriegt jede Wache reichlich Mineralwasser zum Durstlöschen in diesen schweißtreibenden Einsätzen. Aber dieses Trinkwasser, das wird jetzt rationiert. Kein Geld mehr da. Die Berliner Feuerwehrhelden, denen Berlin jetzt nicht mal mehr Wasser bezahlen will, unser Kolumnist Gunnar Schupelius bei uns. Unglaubliche Geschichte. Typisch Berlin? Typisch Berlin, denn es wird gespart. Genau da, wo man nicht sparen darf. Beim Personal und vor allen Dingen beim Sicherheitspersonal. Das Wasser wird geplant für ein Jahr. Wasser brauchst du im Büro, so wie wir auch, als Feuerwehrmann. Du brauchst es aber vor allen Dingen auch vor Ort. Wir hatten in diesem Jahr sehr viele Großbrände. Lagerhallen haben gebrannt. Es war sehr heiß und also wurde mehr Wasser verbraucht. Und weil man so knapp geplant hatte, ist das Geld jetzt alle. Und wie es in einer Behörde so ist, dauert es dann ein paar Wochen, bis das Geld wieder freigegeben ist. Und in diesen Wochen haben sie kein Mineralwasser auf den Waren. Unglaublich. Glaubt es nicht. Ich glaube, es gibt Zuschauer in diesem Land, die es gar nicht glauben werden. Und ich möchte es eigentlich nur ungern erzählen, dass es in Berlin so zugeht. Fehlt nur noch, dass sie zum Löschen ihr eigenes Wasser mitbringen müssen. Ganz so weit ist es auch in Berlin noch nicht. Aber tatsächlich, das Trinkwasser, das Mineralwasser wird diesen, die jeden Tag wirklich einen harten Job machen, denen wird das rationiert. Was sagt das auch über Respekt aus? Sehr, sehr wenig. Und wir haben im Umgang mit den Sicherheitskräften hier ein großes Respektproblem von Seiten der Politik. Das fängt schon mit der Ausrüstung an. Die Feuerwehr hat zu wenig Fahrzeuge. Die Feuerwehr hat eine mangelhafte Ausrüstung, immer noch trotz aller Besserungen. Und die Feuerwehr hat zu wenig Personal. Die Feuerwehr macht Überstunden. Und wir haben mehrfach berichtet, dass Einsätze nicht mehr voll bestückt werden können. Hier in der Hauptstadt Deutschlands fahren Leute zu einer Unfallstelle, um erste Hilfe zu leisten, die eigentlich einen Brand löschen müssen. Es geht drunter und drüber. Und letztendlich versteht es keiner so richtig, warum die Politik sich nicht mit aller Kraft und zwar mit Leidenschaft hinter diese Leute stellt, von denen so viel abhängt. Dann, Gunnar, nochmal ganz schnell, da ist deine Kamera direkt in die Kamera an die regierende Bürgermeisterin von Berlin, an die Innensenatorin in diesem, ja, muss man ja fast sagen, Wasserskandal bei der Deutschen Feuerwehr. Deine Botschaft an die? Die Botschaft an unsere regierende Bürgermeisterin, also hier von Berlin aus, wäre, dort sparen, wo man sparen kann und nicht dort sparen, wo man nicht sparen darf. Und das ist zuallererst das Personal im öffentlichen Dienst. Und Sie sind die Dienstherren, Frau regierende Bürgermeisterin. Also bitte Wasser in die Wachen. Ja, Wassermarsch in diesem Fall. Danke an Gunnar Schopelius hier bei BILD LIVE. Danke dir für die klare Meinung. Danke auch. Danke auch.